Die von euch am meisten erwarteten Spieler auf der Spielmesse 2022, die schauen wir uns heute mal an. Und da sind jetzt schon richtige Knaller dabei, die das komplette kommende Spieljahr für uns prägen können. Und Überraschungen, die ich so noch gar nicht auf der Liste hatte. Wir haben einige Spiele vor uns. Los geht's! Willkommen in der Bretthöhle! Ich bin Simon, aber Wayne. Denn heute gucken wir uns die meisterwarteten Spieler an zu der Spielmesse. Und ein kleines Vorwort, bevor wir uns auf diese unzähligen Titel stürzen. Die Liste, die ich jetzt heute zusammengestellt habe, sind die Spiele, die ihr am meisten erwartet. Die auf Boardgamegeeks am meisten gesucht wurden. Die in Foren am meisten diskutiert wurden. Die in den Kommentaren erwähnt wurden. Also ich habe versucht, sehr, sehr viele verschiedene Kriterien zusammenzufügen. Mit den Infos, die wir als Spielmesse schon haben, welche Spiele es voraussichtlich auch schaffen werden. Diese Liste entwickelt sich immer weiter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das jetzt die Spiele, die am meisten gehandelt werden. Je näher wir zur Messe kommen, werden auch viele da hinzukommen. Und jetzt das Beste. Wenn ihr wissen wollt, welches letztendlich die heißesten Spiele auf der Messe waren, ja, dann schaltet während der Messe auf diesem Kanal ein. Lasst also ein Abo da, weil wir werden live berichten. Und jetzt legen wir los mit dem ersten Spiel. Und dafür gucken wir bei Boardgamegeeks mal auf dem PC. Und das ist Old Trae. Das Spiel habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Zumindest als Ankündigung. Und Old Trae kommt jetzt hier mit einer Schwierigkeit von 2,42 daher. Also gar nicht so komplex. Ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr Ranger übernimmt und in einer Festung euch bewegen müsst für zwei bis vier Spieler. Und wenn wir uns hier schon mal so ein paar Illustrationen angucken, ist das ein Spiel, wo ich schon von sehr, sehr vielen gehört habe, dass dieser kooperative Aspekt durchaus ein Hit im nächsten Spieljahr werden können. Viele Leute wünschen sich da auch immer schon genauere Infos. Hier ist jetzt eben Prototyp davon zu sehen. Ich bin ganz gespannt, was Old Trae dann tatsächlich alles zu bieten hat. Ein Titel, der sehr, sehr heiß gehandelt wird. Dann ein Spiel, was ich mir schon angucken konnte. Ich habe nicht direkt mitgespielt, aber ich saß daneben und konnte mal einen Blick da drauf werfen. Und das ist The Thing, das Brettspiel. Und da geht es natürlich um diesen altbekannten Film, wo dieses Ding aus dem All eine Gruppe von Leuten unterwandert. Und ja, so ein bisschen wie in Battlestar Galactica diesen Verrätermechanismus in eine Überlebenspartie bringt. Hier auch wieder eine Komplexität von 2,88, circa 60 bis 90 Minuten. 1 bis 8 Spieler und das kann ich wirklich wiedergeben, dass ich gesehen habe, dass sehr, sehr viele Leute dieses Spiel gespielt haben. Und das sah sehr, sehr unterhaltsam aus. Wenn wir hier mal auf das Brett gucken, was man sich da schon angucken kann, seht ihr hier, dass es eben verschiedene Räumlichkeiten gibt, in denen ihr euch bewegt. Ihr übernehmt Charaktere und müsst verschiedene Aktionen durchführen und müsst natürlich überleben, denn irgendwo infiziert dieses Alien die Spieler. Das sah sehr, sehr interessant aus. Ich bin sehr gespannt, wenn ich da auch mal die erste Runde zugespielt habe. Das riecht nach dem Spiel, was mich persönlich auch sehr tangieren könnte. Dann gucken wir auf einen Titel, der schon sehr, sehr viel diskutiert und beredet wurde und das ist Zwergendorf. Und in Zwergendorf habt ihr jetzt ein Zwergendroft-Kartenspiel, was ich auch schon mal leicht angerissen habe von Rita Modell. Hier haben wir jetzt zumindest schon die Infos, 30 bis 45 Minuten Spielzeit für zwei bis vier Spieler. Und in dem Kartenspiel, was sofort in die Augen sticht, ist natürlich diese liebevolle Illustration, die man jetzt hier sieht. Ich finde das wirklich sehr, sehr knuffig und das hat auch einen gewissen Charme an Humor. Ich bin ganz gespannt, wenn ich da meine erste Runde mal gespielt habe. Also jetzt hier ein Kart-Drofter mit verschiedenen Punktesammelmechanismen und eben Alternativen, die ihr da drauf habt in eurem kleinen Zwergendorf, was ihr hier aufbaut. Hier seht ihr hier so einen kleinen goldenen Zwerg. Ein Titel, auf den sich schon sehr, sehr viele Leute freuen. Dann ein Titel, der von der Grundidee wieder mal sehr, sehr innovativ klingt. Und das ist Deal with the Devil. Und in dem Spiel geht es wirklich darum, dass ihr eben in den 120 bis 150 Minuten mit bis zu vier Spielern versucht herauszufinden, wer mit dem Teufel handelt. Und da haben wir es mit einem Eurogame zu tun, in dem die Spieler unterschiedliche Rollen übernehmen. Die übernehmen die Rollen von Kultisten oder von dem Teufel selber. Und so hat jeder Spieler am Tisch eine unterschiedliche Rolle und kann dieses Spiel komplett anders wahrnehmen, weil man nicht weiß, mit wem man es da auf dem Tisch zu tun hat, mit welcher Rolle. Und das muss ich sagen, hört sich nach einem unfassbar spannenden Ansatz an. Ich bin sehr gespannt, wie sich das letztendlich spielt. Wenn man sich hier schon so diese ersten Illustrationen anguckt, bin ich davon einfach megamäßig abgeholt. Auch dieses Spielerlebnis mit unterschiedlichen Rollen, asymmetrische Rollenverteilung, spricht nicht einfach sehr, sehr an. Deal with the Devil, das werden wir uns auf der Messe mal genau angucken. Dann ebenfalls von euch heiß erwartet ist Coffee Traders, zumindestens dann eben auch auf Deutsch. Und das Spiel konnte ich bei meinem lieben Kollegen, dem Podgamer, auf dem Potti-Wochenende ja auch nicht selber anspielen, weil ich auch nur daneben saß und habe dann darauf geguckt. Und hier haben wir es wirklich mit einem komplexen Spiel zu tun. 4,31 ist jetzt schon auf Board Game Geeks die Komplexität. Spielzeit von 120 bis 150 Minuten. Das heißt, ihr wisst, mit was für einer Art von Spiel ihr es zu tun habt und das eben mit oder für zwei bis fünf Spieler. Und hier habt ihr wirklich ein Wirtschaftsspiel, in dem ihr eure Worker auf dem Board platzieren müsst und eben diesen Kaffeehandel anstößt. Ganz, ganz interessant. Ich kann noch nichts dazu sagen, wie diese Synergien jetzt komplett funktionieren, weil mein erster Blick über die Schulter war direkt mal überfordernd. Aber bei einer Komplexität von 4,31 muss das auch so sein, wenn man noch nicht selber eingestiegen ist und die Strategien ergründet hat. Ich freue mich da auf meine Erstpartie Kaffeehändler oder Coffee Traders. Mit Sicherheit auch ein Titel, wo viele Leute hinrennen werden. Dann ein Titel, zu dem man nicht mehr allzu viel sagen muss. Und das ist Great Western Trail und beziehungsweise da die Erweiterung Argentinia. Ja, das Spiel ist natürlich stark angelehnt eben auch an Great Western Trail, weil es ja auch eben daher stammt. Ihr habt diese Rondellmechanismus, die man dadurch kennt. Es kommen aber auch viele neue Dinge da hinzu. Da bin ich ganz, ganz gespannt, wenn wir uns hier mal einen genaueren Blick auf der Messe draufwerfen, was Argentinia da alles neu macht. Und eben auch dieses ganz, ganz beliebte Spiel Great Western Trail dann da mit sehr, sehr gut erweitert. Dann ein Spiel mit interessanten Themen und da geht es um Wolfgang Amadeus Mozart. Und das Spiel heißt Lacrimosa. Und hier geht es eben darum, dass ihr eine Symphonie zu Ende führen müsst, in denen ihr in mehreren Ebenen spielt. Eine Komplexität auch von 3,44. Also gar nicht zu unterschätzen, circa 90 Minuten Spielzeit für ein bis vier Spieler. Ihr schlüpft in die Rolle von Förderern des verstorbenen Musikers und tragt mit euren Mitteln ein letztes Mal zu den Werken des Komponisten bei. Ihr spielt in dem Spiel Karten ab und müsst eben hier auf dieser Weltkarte unterwegs sein und dieses Requiem zu Ende stellen. Und hier seht ihr es schon mit den verschiedensten Plättchen. Diese wirklich auch sehr innovativen Noten, die sich hier auf dem Plättchen wiederfinden, zeigen schon, dass das Spiel ja durchaus eine Komplexität mit sich bringt und alles dreht sich eben um dieses Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich bin ganz, ganz gespannt. Viele Leute haben da schon drüber gesprochen. Und ja, bei dem Titel werde ich definitiv reinschneiden. Dann kommen wir zu SkyMinds. Eine Neuauflage oder eben der geistige Nachfolger von Mombasa. Und hier müsst ihr eben in verschiedene oder vier Unternehmen investieren. Habt eure Kartenprogrammier- und Handverwaltungssysteme, die ihr ja schon eben auch aus Mombasa kennt. Und in SkyMinds ist das Ganze jetzt eben mit einem aktuelleren Thema dann wieder aufgelegt. Ich habe noch keine weiteren Infos dazu. Auch Mombasa, muss ich sagen, habe ich noch nie gespielt. Ich habe nur gehört, dass es daran angelehnt sein soll. Schreibt da mal in die Kommentare, wie sehr ihr euch hier auf diese Neuauflage, dieses Expertenspiel freut. SkyMinds, ich bin da wirklich mal gespannt. Wird mein Erstkontakt mit dieser Art von Spiel sein? Dann kommen wir zu einem Dice-Crofter, der schon in vielerlei Munde war. Und das ist Woodcraft. Woodcraft kommt mit einer Komplexität von 3,75 daher. Das ist jetzt bei so einer Art der Spiele jetzt eher weniger zu erwarten. Das heißt, wir haben hier wieder was für Experten auf dem Tisch. 60 bis 120 Minuten. Und das Besondere soll sein, dass ihr eben mit euren Würfeln eben bestimmte Karten zugänglich macht. Verschiedene Strategien dann eben auch erspielen könnt. Wie ihr das hier eben schon seht, schöne Illustrationen von Woodcraft. Eben für Leute, die gerade diese Dice-Crofter mögen. Mit Sicherheit ein Muss. Und da werden wir auf der Messe auch drauf gucken. Dann kommen wir zu Terracotta Army. Ebenfalls ein Spiel, was heiß diskutiert ist. Mit einer Komplexität, gerade noch angegeben, von 3,17. Und der Titel gibt schon wieder, was uns in dem Spiel erwartet. Und zwar geht es eben um diese sagenumwogene Terracotta Armee. Und wir übernehmen eben diese Bildhauer oder diese Handwerker und Künstler, die diese Terracotta Armee zusammenstellen. Und wir müssen unsere Kriegsminiaturen dann eben auf dem Board platzieren, um damit Punkte zu sammeln. Das Ganze sieht auf den ersten Blick alleine schon von dem Spielmaterial her unfassbar schön aus. Die Thematik interessiert mich auch sehr, sehr. Und von daher kommen wir an Terracotta Armee gar nicht vorbei. Vielleicht ist das sogar ein Spiel, wo ich im Vorfeld der Messe sogar noch mal einen Blick reinwerfen kann und das anspiele. Wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, mache ich euch noch ein Video, was ich vor der Messe alles schon anzocken konnte, um die Eindrücke eben schon vorher abzuholen. Das lade ich euch dann auch hoch. Also ihr wisst Bescheid, lasst das Abo da, damit ihr vor der Messe und während der Messe und auch danach bestens informiert seid. Dann ein Spiel, zu dem ja wahrscheinlich nicht viel gesagt werden muss, weil es für viele Leute ein Must-Buy sein wird. Und das ist Terra Nova. Terra Mystica ist ja vielen Leuten bekannt und eines der Lieblings-Deckcrofter-Spiele, die es da draußen gibt. Und Terra Nova ist jetzt eben die vereinfachte Version von Terra Mystica und will eben alle Dinge aufgreifen, die Terra Mystica auch macht, aber einen einfachen Zugang dazu geben. Das erinnert mich so ein bisschen auch eben an Terraforming Mars, die Ares-Expedition aus dem letzten Jahr. Terraforming Mars ist auch schon ein sehr beliebtes Spiel und dann eben eine Version, die es leichter zugänglicher machen soll, um den Einstieg vielleicht für viele dann eben noch zu ebnen. Und das Ganze will Terra Nova eben auch wuppen. Und wenn man da drauf guckt, es sieht ganz stark eben nach allen Elementen aus, die die Terra Mystica-Liebhaber eben wollen. Und das Ganze dann eben jetzt mit neuen Mechanismen. Ich bin ganz gespannt, was diese neuen Mechanismen sind. Keine Ahnung. Gucken wir auf der Messe mal drauf. Aber das wird mit Sicherheit für viele sowieso ein Running-Titel sein. Terra Nova. Dann kommen wir zu Endless Winter. Ein Titel, schon ein guter Versprecher, mit der Komplexität von 3,15. 60 bis 120 Minuten für ein bis vier Spieler. Und hier werdet ihr jetzt ein Euro-Spiel haben, in dem ihr eben mit Deckbau und eben Workern Aktionen auf dem Board dann auslöst. Und wenn ich jetzt euch mal da die Bilder zeige, seht ihr eben verschiedene Tableaus, auf denen ihr eben diese Aktionen durchführen könnt. Verschiedene Karten, die ihr da sammeln werdet. Und das Ganze sieht vom Spielmaterial und von der Idee natürlich wieder mal nach dem Spiel aus, was mich auch sehr, sehr interessieren kann. Das hier sieht auch wieder ansprechend schön aus. Endless Winter. Bin ich mal ganz gespannt. Ich habe da gar nicht so viele Hintergrundinfos zu. Aber im Grunde eigentlich ein Spiel, auf das ich mich mal genauer stürzen müsste. Weil Illustrationen finde ich top von den Karten. Worker Placer sind sowieso immer mein Fall. Also Endless Winter, da werde ich mich auf der Messe mal ganz, ganz genau schlau machen, was es damit genau alles aufsichert. Dann kommen wir zu Akropolis. Einem Plättchen-Legespiel, was jetzt auch mal eine leichtere Komplexität bietet. 1,62 bei Board Game Geeps. Spielzeit auch von 20 bis 30 Minuten und zwei bis vier Spieler. Und hier wählt ihr eben eure, euer Plättchen aus. Das ordnet ihr in der Stadt an, um das volle Potenzial dann eben, oder Punkte dann zu holen. Und das Ganze dann auf höhere Level und Distrikte dann eben auszubauen. Und Akropolis ist hierfür dann eben der maßgebliche Titel. Und ihr seht hier eben die Plättchen, die ihr dann eben auch aufeinander baut. Und dadurch eben eine Akropolis im griechischen Stil aufbaut. Und das Ganze könnte gemixt mit dem Thema und den verschiedenen Punktmöglichkeiten ein durchaus interessantes Plättchen-Legspiel in dem kommenden Jahrgang werden. Was wir uns genau angucken werden. Und das Ganze hier ergibt ja wirklich schon ein schönes Gesamtbild auf dem Tisch. Akropolis. Ein gerade sehr, sehr heiß gehandelter Titel von euch. Dann kommen wir zu Spaceship Unity. Und das Spiel konnte ich tatsächlich schon anzocken. Und das ist ein unfassbar verrücktes und witziges Partyspiel. Oder Interaktionsspiel würde ich es eigentlich eher nennen. Partyspiel ist ja immer so ein verwirrender Titel, weil es ja gar nicht darum geht, dass man das wirklich auf einer Partyspiel, sondern ihr habt einfach nur eine Modsstimmung. Und in Spaceship Unity übernimmt jeder von euch eine Rolle eines Mitglieds auf diesem Schiff, was Unity bedeutet. Das heißt, ihr seid Crewmitglieder und ihr verteilt dann ganz wild in eurer Wohnung Karten. Und diese Karten symbolisieren dann zum Beispiel euren Schildgenerator. Das sind dann zum Beispiel eure Rollläden. Und dann müsst ihr da eben in fünf verschiedenen Missionen euch dann da durchspielen. Und dann werdet ihr wilde Aufgaben lösen. Also rumrufen, aktiviert die Schildgenerator. Dann müssen die Leute die Rollläden runter machen und Aufgaben lösen. Und das Ganze eben in Zeithektik. Ihr bekommt wirklich so das Gefühl, an Bord des Schiffes zu sein mit vielen verrückten Ideen. Das muss ich euch eigentlich eigentlich nochmal einzeln vorstellen. Das Ganze ist mit Sicherheit auch für ein Let's Play unfassbar lustig. Spaceship Unity, glaube ich, die innovativste Idee, die uns in diesem Spieljahrgang bisher übermittelt wurde. Evergreen, der geistige Nachfolger von Photosynthese mit einem leichteren Zugang, weil wir hier eine Komplexität von 2,0 haben. 45 Minuten Spielzeit und ein bis vier Spieler. Das wieder ein Spiel mit einem sehr, sehr ansprechenden Thema, wo ihr jetzt eben versucht, dieses Ökosystem nach und nach aufzubauen. Deshalb sagte ich ja schon, geistiger Nachfolger von Photosynthese, ihr seht das Ganze eben mit dem Tableau, mit den verschiedensten Bäumen, die ihr darauf platziert. Vom Material her schon sehr, sehr ansprechend. Da freue ich mich auf meine Erstpartie, weil ich generell Titeln mit solchen Themen ja schon sehr, sehr positiv gegenüberstehe, weil das Ganze muss für mich nicht immer abgehoben sein. Ich brauche nicht immer einen Fantasy-Titel, sondern auch mal Titel, die wirklich auch eine soziale Relevanz haben. Von daher Evergreen werden wir uns anschauen. Dann, ja, Twilight Inscription für alle Twilight Imperium-Liebhaber da draußen. Ihr wisst, was ihr bekommt. Komplexität von 3,5, aber auch nur eine Spielzeit von 90 bis 120 Minuten für ein bis acht Spieler. Ja, das ist untypisch für Twilight Imperium, weil eigentlich müsst ihr euch dafür Urlaub nehmen, um eine Partie zu spielen. Denn acht Stunden pro Partie sind durchaus realistisch. Und das ist jetzt eben ein episches Roll and Ride für bis zu acht Spieler und das eben in dieser Twilight-Welt. Und da müssen wir wirklich mal einen ganz genauen Blick drauf werfen. Ihr erkennt eben die Illustrationen, die ihr schon eben aus den Neuauflagen von Twilight Imperium alle lieben gelernt haben. Und ihr seht, auch hier sind wir wieder vielfältig mit komplexen Boards vertreten. Unsere Galaxie-Karte und, und, und. Twilight Inscription. Jetzt wieder was Schönes für alle Fans von Twilight Imperium. Das epische Roll and Ride. Die Erfahrung. Schön. Da gucken wir definitiv drauf. Dann gucken wir uns mal Sabika an. Und Sabika kommt in der Komplexität von 3,25 daher für ein bis vier Spieler und spielt seit ca. 60 bis 120 Minuten. Hier sind jetzt innovative Mechanismen drin. Und zwar haben wir es hier nicht mit einem Rondell, sondern mit drei Rondellen, Rondells, sagt mir, was da von der Plural ist, zu tun, wo unterschiedliche Aktionen drauf ausgeführt werden. In den Foren schon ganz heiß diskutiert, das Ganze, diese Rondellmechanik, ja auch gerade ganz stark durch die rote Kathedrale von Cosmos aus dem letzten Jahr, dann wieder aufgegriffen. Hier werden wir es dann wohl mit drei Stück zu tun bekommen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sich dieses Spiel dann eben spielt. Ihr seht hier eben viele verschiedene Felder, viele Symboliken, die es da zu lernen gibt. Aber das ist natürlich ein Anreiz für viele Knobler da draußen. Sabika, wieder ein heißer Titel, der sich eben auch jetzt hier in, ja, wieder auf der Welt wunderbar zurechtfindet. Genua, Venedig, ja, wenigstens, ja, Venedig, was ihr besuchen könnt. Ich bin da wirklich mal gespannt drauf. Dann, wir fliegen hier wirklich durch die Titel, weil es so unfassbar viele Spiele sind und natürlich sind die Infos dazu noch spärlich. Also gucken wir erstmal drauf, was heiß aussieht und dann im Nachgang können wir die, also im Nachgang der Messe, können wir die dann einzeln mal besprechen und gucken, was die alle wirklich mitbringen. Aber eine wirklich verrückte Idee ist Spaceship, oder nee, sorry, Starship Captains. Das ist der korrekte Titel des Spiels. Und in diesem 2-4-Spieler-Euro-Spiel übernehmt ihr wieder eine abgefahrene Crew, in denen ihr eben verschiedenste Aufgaben machen müsst. Und das Ganze erinnert natürlich für Star Trek-Liebhaber und Co., die dann noch eine gewisse Portion Humor mitbringen an ein wirklich spannendes Abenteuer, was ihr dort spielen könnt. Die Illustrationen sind genau mein Stil. Das ist so eine gewisse Selbstironie und ein schöner Comic-Style, der daherkommt. Starship Captains. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es dann spielerisch dann auch auf den Tisch bringt. Aber erst einmal vom Ersteindruck bin ich da auf jeden Fall schon sehr, sehr interessiert. Dann kommen wir zu dem Titel Teletum. Und da schlüpft ihr in die Rolle von reichen Kaufleuten und müsst euer mit einem Würfelmanagement verschiedenste Aktionen durchführen. Und es geht eben dadurch, dass ihr bekanntermaßen Ressourcen gewinnt, Aktionen durchführt und das eben in diesem leicht angehauchten mittelalterlichen Setting. Teletum bei vielen Leuten schon sehr, sehr heiß in der Diskussion. Und ja, da muss ich mit Sicherheit mich mal an den Tisch begeben, muss die erste Runde spielen, gucken, wie das mit den Mechanismen funktioniert und dazu mehr Infos einholen. Aber auch sehr, sehr heiß gehandelt. Dann auch ein Titel, wo wir wieder mal eine geringere Komplexität haben und das ist Cat in the Box. Eine Komplexität von 2,0, 30 bis 45 Minuten Spielzeit für drei bis vier Spieler. Und da werdet ihr über drei Runden für drei Spieler und vier Runden für vier Spieler spielen. Und da geht es eben um diese namensgebende Katze in der Box. Also ihr wisst eben nicht, was genau da drin ist. Und hier habt ihr es mit einem Kartenspiel zu tun, in dem ihr verschiedene Farben beschreiben müsst, das Ansagen, das Ganze anbauen und dann alles dann so ein bisschen raten. Hört sich nach einem sehr interaktiven Spiel an, auf die ich immer sehr, sehr abfahre. Und von daher werden wir da auf der Messe mit Sicherheit vielleicht auch mal eine kurze Runde Cat in the Box spielen können. Dann kommen wir zu Tribes of the Wind. Wieder eine Komplexität von 2,0, dahinter 40 bis 90 Minuten und das Ganze für zwei bis fünf Spieler. Und hier habt ihr es mit einer postapokalyptischen Welt zu tun, in dem ihr eben die Stämme des Windes aufbauen müsst. Und da müsst ihr Wälderpflanzen, neue Dörfer bauen, Tempel bauen und die umliegenden Gebiete dekontaminieren. Und das Ganze kommt jetzt wieder mit ansprechendem Spielmaterial her. Ihr seht jetzt wieder verschiedene Optionen, die ihr auf den Karten ausführen könnt. Ein wirklich ansprechendes Board, wo ihr euch wahrscheinlich hier dann auch wieder Aktionen freispielen könnt in dieser Welt mit verschiedensten Plättchen und Punktemöglichkeiten. Tribes of the Wind. Meine Informationen zu dem Spiel sind jetzt noch ein wenig spärlich, aber ich muss sagen, die verschiedensten Illustrationen hucken mich schon ziemlich. Da gucken wir mal genauer rein. Allein schon die Illustrationen gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Discordia. Komplexität von 3,0 bei Boardgamegeeks zum jetzigen Zeitpunkt. Spielzeit 60 bis 90 Minuten für ein bis vier Spieler. Und hier entwickelt ihr eine Stadt. Ihr baut Farmen, Kasernen, Verteidigungsanlagen und das eben zu den Grenzen von Germania. Also auch hier wieder ein Spiel, was euch eben in die Vergangenheit zurückversetzt, wo ihr verschiedenste Baumöglichkeiten haben werdet. Ihr werdet hier eure Worker auf dem Board dann eben platzieren können. Wie ihr hier seht, wird es auch Würfelmechaniken scheinbar in dem Spiel geben. Von daher sieht es gar nicht so komplex aus auf dem ersten Blick, muss ich sagen. Schön überschaubares Spielmaterial auf dem Brett. Also von daher, mit Sicherheit ein Spiel, was man mal so zwischendurch ausprobieren kann. Obwohl auch da sieht es wieder ein bisschen komplexer aus. Ja, ihr seht, Spiele muss man gespielt haben, damit man den genauen Eindruck bekommt. Aber ich freue mich mega auf die komplette Berichterstattung nachher, wenn ich die ganzen Spiele auch tatsächlich mal gespielt habe. Und vorher ist das immer total spannend. Geht es euch auch so? Das würde ich in den Kommentaren wirklich, wirklich mal interessanterweise lesen. Dass ihr total gehypt seid von vielen Titeln und dann sehr, sehr gespannt, wenn man es dann gespielt hat und dann entdeckt man, oh, warte mal, das Spiel ist komplett anders und das geht in die Richtung. Oder das eine Spiel ist vielleicht sogar viel enttäuschender, als man es gedacht hat oder viel besser, als man es gedacht hat. Ich finde das total spannend, eben mit dieser Erwartungshaltung dann in die Messe reingehen zu können, dort alles anzuzocken und sich reinzuziehen und dann ja viel, viel schlauer in das nächste kommende Spieljahr zu gehen und zu gucken, was sind denn wirklich die Kracher, die auf der Messe da kommuniziert wurden. Und dann kommen wir zu einem Titel, wo ich sagen muss, der Titel? Joa, äh, Autobahn. So heißt es nämlich. Mit einer Komplexität von 3,25. Scheint aber eben mechanisch, eben in diesen ökonomischen Strecken, die ihr auf dem Autobahnnetz bauen müsst, ein Spiel zu sein, was unfassbar Interesse auf sich zieht. Der geistige Nachfolger des beliebten Spiels des Jahres. So wirkt das Ganze eben auch auf mich und dann durchaus hier vielleicht wieder ein wenig moderner gehalten, komplexer mit verschiedenen Trails, auf denen ihr euch bewegen könnt und da wahrscheinlich verschiedene Aktionen dadurch triggert. Ähm, euer Autobahnnetz, was ihr aufbaut und was ihr abfahrt mit verschiedenen Wertigkeiten oder Auslösungspunkten. Äh, da bin ich gespannt drauf. Also tatsächlich, der Titel finde ich jetzt nicht so spannend, aber das, was alles da mitkommt, das wird auf jeden Fall Bock bringen. Davon bin ich überzeugt. Gucken wir uns an. Es muss natürlich erwähnt sein, ein Titel, auf den sich sehr, sehr viele freuen und das ist Weather Machine. Und da, ihr werdet es wissen, äh, hier haben wir es natürlich mit einem Vitaler Serdar zu tun und da kommt eine Komplexität von 4,18 daher. Die hat man zu erwarten und die will man auch haben. Und eine Spielzeit von 60 bis 150 Minuten zwei bis vier Spieler. Und hier müsst ihr eben diese Wettermaschine manipulieren und eure Wissenschaftler auf dem Board, ähm, platzieren und bestmöglich da eben diese Wettermanipulation zu Punkten umwandeln. Und, äh, das Ganze wird mit Sicherheit thematisch und mechanisch wieder ein Spiel sein, was 1A ineinander eingeht. Äh, das wird auf jeden Fall in vielen Stunden von mir mal erprobt werden, äh, wird das Spielmaterial spricht mich an, die Idee spricht mich an und, ja, der Name lockt. Deshalb Weather Machine werden wir gucken. Wir bleiben bei der gleichen Komplexität praktisch. Eine Komplexität von 4,14 und zwar der Titel Imperial Steam. Und da werdet ihr schwierige, äh, schwierige Unternehmensentscheidungen treffen und wahrscheinlich sind es dann eher doch strategische Unternehmensentscheidungen, wo ihr dann eben, ähm, verschiedene Logistik- und Wirtschaftsproblematiken lösen müsst. Und das Ganze ist jetzt hier wieder ein Spiel, wo ihr hier auch wieder Vernetzungen der verschiedenen, ähm, Aktionsorte auf dem Board seht. Ihr habt eure Unternehmen, wo ihr die Aktion durchführen könnt. Und also auch da wieder für die ganzen Experten-Spieler mit Sicherheit einen Titel, den man antesten muss. Imperial Steam. Dann kommen wir zu dem neuen Spiel von Uwe Rosenberg, Ativa. Und da wird es auch auf dem Panel einen Vortrag, äh, auf der Spielmesse von ihm dazu geben. Guckt euch das gerne mal an. Äh, wir werden auch versuchen, da die Kamera mal mitlaufen zu lassen. Und in Ativa haben wir jetzt eine Komplexität von 3,0, 30 bis 120 Minuten Spielzeit für ein bis zwei Spieler. Und in dem Spiel geht es jetzt eben, wie man es eben auch von Uwe Rosenberg kennt, um ein aktuelles Thema, wo wir in Ghana, in Afrika spielen, wo eben diese Flughunde oder Fledermäuse eben als bloße Fruchtdiebe verachtet und gejagt wurden. Und, äh, tatsächlich sind das unglaublich nützliche Tiere. Und die werden in Ativa dann eben noch mit einem wirklich, ja, fast schon biologischen Thema, was man einem näher bringen möchte, eben da auch in Ghana, dann eben zum Hauptakteur dieses Spiels. Und ihr seht schon, dass sich diese Tiere dann eben um andere Tiere dann drum platzieren und dadurch dann verschiedenste Punkte ausgelöst werden. Den Vortrag, den werde ich mir definitiv mal angucken, auch welche Relevanz es da mit den Themen rund um Ativa um sich hat und wie dann eben auch diese Tiere in einem Ökosystem funktionieren und das Ganze spielerisch dann noch mit, äh, ja, sehr, sehr, ich finde schon komplexen, ähm, ähm, ja, Spielmaterialien und dann eben auch Zielen und, äh, Wirkungen, die man auch dann eben diesen Tieren dann spielerisch dann, ähm, ja, nahegebracht bekommen möchte, finde ich ein hochspannendes Thema. Äh, da werde ich mir das, dieses Panel dazu mal angucken und dann auch Ativa anzocken. Dann kommen wir zu einem kleineren Spiel und zwar Death Valley. Komplexität von 1,93, 14, 15 Minuten, nein, nicht 14, 15 Minuten Spielzeit für ein bis zwei Spieler. So, also wahrscheinlich eher ein Zweierspiel und für die Leute, die Solo dann mal eben dann perfektionieren wollen, dann auch die Möglichkeit, das da weiterzuspielen. Und da geht's um ein Tableau-Aufbauspiel im Taschenformat, also sehr, sehr leicht für Reisende mitzunehmen, in denen ja eine verschiedene Mischung aus Karten zusammenstellt und die dann eben auch gewinnbringend abspielen müssen. Wenn wir uns hier mal die Karten des Death Valleys angucken, ja, wer schon mal da war, weiß, der Tal des Todes, ja, der Name ist Programm und da gibt es wenige Tiere, wie zum Beispiel so ein paar Kojoten, aber eben sehr eindrucksvolle Natur und da sehen wir hier schon verschiedenste Anforderungen, die die Karten wahrscheinlich mit sich bringen werden, Fähigkeiten, die dadurch getriggert werden und das dann eben in einem Kartenspiel, was in einem Mini-Format daherkommt, für die Tasche, für Reisende, für zwei Leute, danach sucht man ja eigentlich immer mal für seine Reisen und Urlaube. Death Valley, also einen Blick wert. Secret Identity kommt jetzt mit der geringsten Komplexität, glaube ich, in dieser Liste daher, aber weil wir es hier mit wieder so einem sehr coolen Mindgame zu tun haben, in dem man einfach rein starten könnte. Und der Titel gibt es eigentlich schon vor, dass ihr mit euren 3 bis 8 Spielern in 20 bis 40 Minuten versuchen wollt, die Identitäten der anderen Spieler zu erraten und ihr bestmöglich nicht selber ertappt werdet, welche Identität ihr jetzt in Secret Identity ja eben inne habt. Hier also wieder neu gedachte Spielmechaniken, die eben dann mit noch ein paar neuen Einflüssen kombiniert werden. Ich mag diese Ratespiele immer, weil man die mit sehr, sehr vielen Runden spielen kann. Ihr gebt Hinweise in die Runde, versucht selber zu raten, wer die anderen sind. Also so ein bisschen so in diesem Wer-bin-ich-Universum unterwegs, das Ganze aber wahrscheinlich ein bisschen neuer und dann doch ein wenig komplexer. Secret Identity, das sind so Titel, die kann man mal eben sich auf der Messe reinziehen, spielen und dann wird man wahrscheinlich merken, ja, nehme ich mit. Und dann ein Spiel, was allein schon von der Box was unfassbar ansprechend ist. Ich hoffe, ich kriege es vorher noch. Dann halte ich es euch auch mal an die Kamera. Dann seht ihr wirklich dieses Roll Camera, Roll Camera, das filmische Brettspiel. Kommt wirklich mit einer Box daher, wo ihr eben diese Filmklappe tatsächlich als Bock auch öffnen könnt. Das ist, finde ich schon, eine sehr, sehr coole Idee. Ich bin von sowas sofort gehuckt. Eine Komplexität von 2,18, 45 bis 90 Minuten für ein bis vier Spieler. Und hier geht es natürlich darum, einen Film, ja, zu produzieren. Und ich bin ja sowieso aus dieser Filmecke. Finde das jetzt total spannend, was hier für Spielmaterial dabei ist. Mit der Packung, mit diesen verschiedensten Würfelideen, die dann da drin sind. Eine geringe Komplexität, also wahrscheinlich eine gute Zugänglichkeit an das Spiel. Cooles Spielmaterial, ein tolles Thema. Ja, ich, also ihr, ihr merkt, ich bin irgendwie von dieser Art sehr, sehr abgeholt. mit Filmschnipsel, die hierauf hochlaufen. Ich bin echt gespannt, wie all diese verrückten Ideen sich in einem Spiel kombinieren und das dann, äh, meine Erwartungen schlussendlich dann auch dann erfüllt. Hier werden Dinge zusammengesetzt. Also, ihr rollt euch hier einen wilden Film zusammen. Und das werde ich definitiv tun. Da bin ich jetzt schon gehuckt für. Dann kommen wir zu Challengers. Und das ist ein Spiel tatsächlich für ein bis acht Spieler in einem Deckmanagement-Spiel. Und ihr baut euch hier in eurem Deck eben, ja, die verschiedensten Sachen zusammen. Ihr bekommt Zauberer, Aliens, Katzen, Gangster, Kraken, was auch immer. 75 verschiedene Charaktere mit, äh, verschiedenen Fähigkeiten in euren Deck und müsst dann eben als Challenger gegen die anderen Spieler antreten. Ihr seht hier schon, wie die ganzen Illustrationen daherkommen. Ähm, und das Ganze ist jetzt schon ein Spiel, was sehr, sehr hoch gehypt ist, wo man eben gegeneinander spielt. Es sollen immer 45 Minuten an Spielzeit dabei rauskommen, egal mit wie vielen Leuten wenn man diese, diese Challenge oder diese Herausforderung annimmt. Das finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Unterfangen. Und, ähm, da bin ich gespannt, wie sich das Ganze spielt mit seinem Deck, was man da ausspielt, wie viel Interaktion, wie viel Witz da hinkommt und wie das sich eben auch verhält, dass es mit ein bis acht Spielern immer in 45 Minuten gespielt wird. Challengers, auch auf der Messe, dringend angucken. Dann kommen wir zu Flamecraft. Schon stark diskutiert der Titel, und zwar positiv, mit einer Komplexität von 2,2, circa eine Stunde gespielt für ein bis fünf Spieler. Und ihr übernehmt eben diese Flammenwächter, sammelt Gegenstände, platziert Drachen und werft Verzorgung, um die Geschäfte der Stadt zu verbessern und, und, und. Ein buntes Spiel in einer wirklich ansprechenden Box von dem Material. Hier wahrscheinlich die Deluxe-Komponenten. Da bin ich mal gespannt, wie das tatsächlich zum Schluss aussieht. Das hier sieht alles sehr, sehr ansprechend aus. Bin mal gespannt, ob es das dann auch so in die Box reinschafft. Die verschiedensten Karten, Flamecraft, ähnelt sich mit Spielen, die wir hier schon vorgestellt haben. Also vielleicht ist da auch mal eine Liste von ähnlichen Spielen, die man machen kann, möglich. Und gucken, wie sich das Ganze dann zum Schluss dann eben auch auf dem Tisch wiedergibt. Die Illustrationen sprechen mich total an. Ich bin ja auch so ein kleiner Final Fantasy-Fan und da sind auch so ein paar Sachen, die mich daran immer mal wieder erinnern. Natürlich die Zeichenstil, so ein bisschen kindlicher gehalten, auch so ein bisschen Tidal Blades-Richtung. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Flamecraft, werden wir uns angucken. Dann für alle Leute, die natürlich ihre Rennspiele hier nicht vermessen dürfen, kommt das Spiel Heat Paddle to the Metal. 30 bis 60 Minuten für ein bis sechs Spieler. Und ihr übernehmt hier eben diese wilden Flitzer und habt hier ein neues Rennspiel. Hier haben wir jetzt auch einen schönen Blick auf die Rennstrecke, die verschiedenen Tableaus, die wir haben und für alle Freunde des Rennspiels hier mit Sicherheit einen Titel, was man sich mitnehmen muss. Dann kommen wir zu einer Erweiterung für die Rote Kathedrale aus dem letzten Jahr. Ein Spiel, wo ihr eben in dieser Rondellmechanik eben Ressourcen euch zulegt und hier kommen wir zu den Contractors oder auf Deutsch eben den Bauunternehmern, die das Spiel hier eben noch erweitern werden. Und ihr seht hier eben schon an Material kommt noch einiges hinzu für Fans von der Roten Kathedrale, die hier ihr Spielerlebnis eben jetzt damit auch noch sich weiter erfüllen wollen. Kommen jetzt hier die Bauunternehmer, die Contractors hinzu, wahrscheinlich ein Must-Buy für alle Fans der Roten Kathedrale ins Spiel, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu Titeln, die es wahrscheinlich nicht auf die Messe schaffen werden, die aber ganz hoch gehypt sind. Ich will sie jetzt hier nur nennen, weil viele von euch wahrscheinlich darauf warten, möchten mich aber mit dem ganzen genaueren Bezug auf die Spiele dann so ein bisschen nach hinten verschieben nach der Messe, wenn dann eben das Material da ist. Also schaltet dann wieder ein. Septima ist da eben ein Titel, der sehr, sehr heiß gehandelt wird und die skippe ich jetzt mal eben durch. Revive, das ist ein Spiel, wo ihr jetzt hier auch wirklich einen schönen Wiederaufbau der Welt vor euch habt und das sieht sehr, sehr ansprechend aus. Bin ich gespannt, wenn das Spiel kommt, dann muss man sich es genauer angucken. Hamlet, das Dorfbauspiel. Wenn es die Spiele doch auf die Messe schaffen, deshalb solltet ihr einfach da auf dem Laufenden bleiben. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Wochen noch was. Ist hier auch ein Spiel, was von vielen, vielen Leuten genannt wurde und es werden noch weitere Titel dazukommen. Es werden auch jetzt noch weitere Titel geleakt. Informationen werden dazu fließen. Also bleibt auf YouTube tätig, guckt es bei der Spielmesse, guckt es bei meinen lieben Kollegen da draußen. Wir halten euch alle auf dem Laufenden, was zur Spielmesse eben zu erwarten ist und dann zockt es auf der Messe an. In dem Sinne, ich werde euch wahrscheinlich noch ein paar Videos und auch Infos vor der Messe noch hochladen und dann geht das wilde Stream von der Messe los und wir nehmen euch mit für all die Leute, die es nicht dahin schaffen, das Gefühl da gewesen zu sein, für all die Leute, die nur ein paar Tage da gewesen sind, auch noch die anderen Tage zu erleben. Wir haben wirklich einiges vor. In dem Sinne, schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.